ja moin leute willkommen auf meinem kanal willkommen zu barcarts so bevor das neue video losgeht etwas werbung in eigener sache warum mache ich das wir haben keine großen werbepartner das heißt wir müssen sogar die runden kommen und da helfen uns natürlich die kanalmitglieder also wenn ihr kanalmitglieder werden wollt gibt es verschiedene stufen und natürlich habt ihr dann alle videos werbefrei oder ihr schaut mal bei uns in den shop rein und guckt ob da irgendein hörbuch für euch ist oder das online magazin auf jeden fall wenn ihr da mal zuschlagt würde uns das natürlich auch helfen und zu guter letzt ist natürlich die einfachste unterstützung für uns ein euro über paypal das kommt in die kriegskasse und schon können wir vernünftig weiterarbeiten und alle rechnung bezahlen in diesem sinne vielen dank für eure unterstützung jetzt geht's los mit dem neuen video und jetzt geht's los mit dem neuen video Wir wurden zurückverlegt in den Raum Coleoli in die Nähe von Pisa. Die Alliierten folgten uns. Der schnelle Rückmarsch mit den Panzern verlief nicht reibungslos. Motoren, Seitenvorgelege und Kettensplinte litten unter dem Verschleiß, was im Anmarsch zu Ausfällen führte. Im befohlenen Einsatzraum eingetroffen zogen wir unter, verwischten die Kettenspuren und taten die Panzer ab. Es dauerte jedoch nicht lange bis ein Einsatzbefehl eintraf, wonach 5 Sturmgeschütze zur Bereinigung eines Einbruches ganz in der Nähe ausrücken mussten. Darunter auch meine Besatzung. Weil die schlecht befestigten Straßen eine Fahrt auf direkten Wege nicht zuließen, mussten wir einen umständlichen Umweg fahren. Im befohlenen Bereich angekommen zogen die Stellung entlang einer Straße. Die gemeldeten feindlichen Panzer blieben in diesem Abschnitt jedoch aus, stattdessen tauchte ein langsames amerikanisches Aufklärungsflugzeug auf und flog im Tiefflug ganz in unserer Nähe vorbei. Hat es uns erkannt? Noch bei Tageslicht wurde ein Stellungswechsel befohlen zu einem Gebäude, welches als Gefechtsstand diente. Kaum dort eingetroffen tauchte das Flugzeug erneut auf, welches bei den Lanzern den Spitznamen Lahme Ente bekam. Diesmal musste es uns erkannt und unsere Position über Funk durchgegeben haben. Ein paar vereinzelte amerikanische Artilleriegranaten orgelten heran, bezogen die Köpfe ein und die Geschosse detonierten im Umfeld. Doch dabei blieb es nicht. Die ersten Schüsse, die wohl nur der Entfernungsermittlung der richtigen Justierung dienten, folgte das zielgerichtete Wirkungsfeuer. Salve um Salve schlug im Umfeld des Gefechtsstandes und zwischen den Sturmgeschützen ein. Während die umstehenden Lanzer in Kellerräumen Deckung fanden, blieben wir in unseren Panzern. Es war bei den plötzlichen Artillerieüberfällen oft auch gar nicht möglich, rechtzeitig auszuboten und einen Unterschlupf zu finden. Die Panzerwanne bot uns Schutz vor den herumschwirrenden Splittern, ein ungünstiger Volltreffer wäre aber auch für uns tödlich gewesen. Es blieb nichts anderes übrig, als die Schotten dicht zu machen, im Panzer zu sitzen und abzuwarten. Schlug eine Granate in der Nähe ein, wurden wir ordentlich durchgeschüttelt. Manchmal fühlte es sich sogar so an, als wäre der ganze Panzer angehoben worden. Das Wangen vor dem vernichteten Einschlag war eine große psychische Belastung. Während des Trommelfeuers wurde kein Wort gesprochen. Wir saßen stumm da, mancher zündete sich eine selbstgedrehte Zigarette an. Nachdem das Feuer allmählich abnahm, verlegten unsere Sturmgeschütze vom Gefechtsstand weg. Über uns kreiste immer noch die lahme Ente. Weil die eigene Position einmal erkannt worden, ließ die nicht mehr ab. Herrgott, kann dem nicht mal der Sprit ausgehen, wurde geflucht. Kaum waren wir am neuen Bestimmungsort eingetroffen, begann der Feuerzauber erneut. Nun barsten Granaten an umstehenden Baumkronen, was zu einem unangenehmen Schlitterregen führte. Ein ekliges Geräusch ergab das, als die Granatsplitter auf die Panzerung prasselten. Diesmal ging es nicht ohne Ausfälle vorbei und ein uns benachbartes Sturmgeschütz erhielt einen Treffer auf die Heckpartie. Der Motor fing Feuer und noch während die Granaten im Umfeld einschlugen, musste die Besatzung ausboden und löschen. Das Fahrzeug konnte gerettet werden und wurde später abgeschleppt. Ereignisse wie diese sorgten bei unserer Abteilung für die meisten Ausfälle. Für uns ging es unterdessen weiter zu einer Straße mit strategischer Bedeutung. Dort zogen wir unter, wobei kleinere Mulden ausgehoben und unsere Sturmgeschütze hineingefahren wurden. Um den 20. Juli 1944 näherten sich die alliierten Truppen dem Straßenabschnitt, an welchem wir im Stellung lagen. Der Gegner musste entlang dieser Straße vorstoßen, etwas anderes blieb ihm gar nicht übrig. Angespannt saßen wir im Panzer, der Richtschütze in die Optik starrend. Feindpanzer bekamen wir allerdings keine vor das Rohr, stattdessen setzte wieder massiertes Atelierfeuer ein. Wieder Ausfälle und Wiederräumung des Gefechtsfeldes, ohne dass auch nur ein Geschütz meiner Abteilung zum Schuss gekommen wäre. Über eine Brücke mit ausreichender Tragfähigkeit verlegten wir zurück über den Arno. Später Anfang September 1944 wurde Pisa von den Alliierten eingenommen. Die Welterbestätten blieben und zerstört. Noch bei Pisa hatten wir vom Attentat auf Hitler erfahren. In Windeseile verbreitete sich die Meldung, Einzelheiten erfuhren wir durch erst eine Woche später, die Hintergründe nach dem Krieg. Stauffenberg war mir aus Afrika bekannt. Er war mit Rommel und einem meiner Kompaniechefs befreundet. Für uns ging es weiter gern Norden. Es war ein kampfloser Rückmarsch. Der Gegner schien auch gar nicht so recht interessiert daran gewesen zu sein, sich auf größere Kampfhandlungen einzulassen. Er rückte uns stetig nach, blieb aber auf Distanz und machte keine Anstalten zwischen unsere Verbände hineinzustoßen. Die Hauptlast der Kämpfe in den Riegelstellungen wurde von der Infanterie getragen. Unterwegs, es muss im Raum Florenz gewesen sein, erhielten wir eine Auffrischung. Die stark dezimierte Abteilung erhielt von einer Luftwaffenfelddivision einige Sturmgeschütze. Die Besatzung war noch recht jung und unerfahren. Ein Ausbildungsbetrieb wurde organisiert, bei dem auch ich als alter Hase als Hilfsausbilder auftrat. Die Führung befürchtete unterdessen eine alliierte Landung im Bereich der Ligurischen Küste. Eiligst wurden wir daher über Modena in den Raum Genua verlegt. Wir bezogen Stellung im Raum Genua Novi in der Befürchtung, eine Großoffensive abfangen zu müssen. Mit unserem Sturmgeschütz standen wir auf einer erhöhten Landzunge mit freier Sicht auf das Meer. Wegen mangelnder Küstenartillerie sollten wir im Falle einer Landung den Gegner bereits auf dem Wasser unter Feuer nehmen. Schussfelder wurden bestimmt, entsprechende Berechnungen angestellt und Geländepunkte für die Zielansprache nominiert. Aus überhöhter Position auf ein Ziel zu feuern, das auf dem Wasser auf- und abschaukelt, war für die Richtschützen eine Herausforderung. Für die Abteilung wurden daher einige alte Fischkähne organisiert und auf das Meer geschleppt. Mit scharfer Munition übten wir dann das Schießen auf bewegliche Seeziele. Schlug eine Granate in die See gab es auch in der Ferne eine deutlich sichtbare Wasserfontäne. Es wurde viel Aufwand betrieben und die Befürchtungen schienen sich zunächst zu bewahrheiten, denn am Horizont wurde tatsächlich eine Landungsflotte der Alliierten erkannt. Alles lag in der Rahmenbereitschaft und wir rechneten mit dem Anlanden eines haushoch überlegenen Gegners. Der gesichtete Verband drehte jedoch ab und verschwand wieder. Einige Tage später kam es dennoch zu einer Landung, jedoch nicht in unserem Abschnitt, sondern weiter westlich an der südfranzösischen Küste. Die Invasion konnte dort nicht aufgehalten werden und Italien war nun auch vom Westen her bedroht. Unsere Division wurde dann zur Sicherung der strategisch wichtigen Passstraßen durch die französisch-italienischen Alpen herangezogen. Die Stellungen entlang der Küste bei Genua wurden geräumt und wir verlegten an die Ausläufe der italienischen Alpen. Die Infanterie wurde dort abermals zu Gebirgsjägern und besetzte die entscheidenden Schlüsselpositionen in den Bergen. Das Gelände war dermaßen unwegsam, dass eine Versorgung durch Fahrzeuge nicht mehr erfolgen konnte und Esel und Mulis angefordert werden mussten. Unsere Panzerabteilung blieb dabei nahezu untätig und lag in Reserve. Wochen, über die es weiter nichts Relevantes zu berichten gibt. Der Alltag bestand aus Wartungsarbeiten und Ausbildung des eingetroffenen Ersatzpersonals. Es muss in diesem Zeitraum gewesen sein, als mir kurze nacheinander das Eiserne Kreuz 2. Klasse und das Panzerkampfabzeichen verdient wurde. Die Verleihungsbegründung dürfte sicher auf meine Teilnahme an den Kämpfen im Raum Casino bezogen haben. Werde es in unserem Frontabschnitt ruhig blieb, griff an der Adria-Küste die 8. der britische Armee an. Die Front, die dort den Namen Gurtenstellung trug, drohte zusammenzubrechen, weshalb die 90. Panzergrenadier-Division dorthin beordert wurde. Die Verlegung erfolgte nicht geschlossen, sondern wieder tröpfchenweise. Es dürfte Ende September gewesen sein, als wir im Raum Rimini eintrafen. Die Front dort hatte einen anderen Charakter als den bisher bekannten. Die Engländer beleuchteten das Gefechtsfeld die Nacht hindurch mit Scheinwerfern. Beim Anmarsch in die Bereitstellungsräume entlang einer Uferstraße bekamen wir eine Motorstörung. In einem, an den Strand grenzenden Anwesen zogen wir unter, der Rest der Kolonne fuhr weiter. Eine erste Sichtung ergab, dass der Motor feldmäßig nicht zu reparieren war und wir einen Austauschmotor anfordern mussten. Derartige Arbeiten wurden von der Werkstattkompanie gemeinsam mit der Besatzung durchgeführt. Wir stellten uns auf einen Aufenthalt von zwei oder drei Tagen ein und richteten uns im verlassenen Gebäude häuslich ein. Wegen der ständig drohenden Partisanengefahr wurde eine Wache aufgestellt, die in regelmäßigem Zeitabstand einen Rundgang durch die nähere Umgebung unternahm. Die Partisanen gingen zwar grundsätzlich weniger Panzer, sondern vielmehr die Infanterieeinheiten an, in unserer jetzigen Situation als einzelnes zurückgebliebenes Fahrzeug waren wir jedoch auch ein lohnendes Ziel eines Überfalls. Es befanden sich im näheren Umfeld noch andere Wehrmachtstruppenteile, zu denen wir jedoch keinen direkten Kontakt hatten. Auch in diesem Abschnitt war die Zivilbevölkerung wegen der bevorstehenden Kampfhandlung evakuiert worden und so war es eigentlich die Ausnahme Zivilisten in den verlassenen Siedlungen anzutreffen. Als ich bei einem meiner Rundgänge einen Lichtschein aus einem der Gebäude wahrnahm, wunderte ich mich und beschloss der Sache auf den Grund zu gehen. Durch einen offenen Fensterladen konnte ich einen in der Stube am Tisch sitzenden Mann erspähen. Mit lautem Klopfen machte ich mich bemerkbar. Sicherheitshalber hatte ich schon mal nach meiner Pistole gegriffen. Der Mann reagierte nicht, löschte nur das Licht und war über das Auftauchen eines deutschen Soldaten sichtlich erschrocken. Nach wiederholtem Klopfen trat ich durch die unverschlossene Tür in die Stube. Was machen Sie da? fragte ich ihn. Wieder war es die Sprachbarriere, die eine Verständigung erschwerte, aber der Mann beherrschte ein gebrocken Deutsch. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, dann soll es seine Aufgabe gewesen sein, die verlassenen Häuser zu bewachen. Es war grundsätzlich nicht ungewöhnlich, dass Einzelpersonen zurückblieben, um Plünderungen zu verhindern. Skeptisch sah ich mich im Raum um, doch konnte ich nichts entdecken, was auf eine belastende Tätigkeit hindeutete und setzte meinen Rundgang fort. Am nächsten Tag traf der Kran der Werkstattkompanie ein und mit dem Flaschenzug wurde begonnen, den beschädigten Motor aus der Wanne zu heben. Ein aufwändiger Arbeitsprozess, erst recht als es darum ging, den Austauschmotor im Fahrzeug korrekt zu montieren. Bei Einbruch der Dunkelheit begann plötzlich ein reges Treiben auf der nahe dem Anwesen vorbeiführenden Straße. Ein Trupp Soldaten eilten Richtung Strand. Neugierig folgten der Fahrer und ich. Wir wurden Zeuge der Verhaftung einer Partisanenbande. Mit zwei Booten waren 56 Mann am Ufer gelandet, wohl in der Annahme, hier sicher an Land gehen zu können. Ein aufmerksamer Posten einer anderen Einheit wusste dies zu verhindern und wohl in Anbetracht der Unterzahl ließ sich der kleine Landungstrupp widerstandslos festnehmen. Sie waren allesamt mit englischen Waffen und Uniformen ausgestattet und sollten wohl im Rücken der eigentlichen Front für Unfrieden sorgen. Den Alliierten war die Partisan-Tätigkeit natürlich willkommen und sie unterstützten die Banden mit Geld, Waffen und Material. Im Raum Rimini kämpfte sogar eine Partisanenbrigade unter dem direkten Kommando der Kanadier. Die Entwaffnung der Gruppe am Ufer war noch nicht abgeschlossen, als mir wieder die seltsame Begegnung mit dem Mann bei meiner Streife am Vortag in den Sinn kam. Das stimmte doch was nicht. Und jetzt der Landungsversuch in genau diesem Abschnitt? Ich lief zu dem nicht weit entfernten Haus, in dem diesmal kein Lichtschein zu sehen war. Ohne Vorwarnung öffnete ich die Tür und der Mann saß mit weit aufgerissenen Augen in der Stube. Es bedurfte nicht viel der Erklärung, allein sein Verhalten sagte aus, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zu gehen. Mein mir nachgekommenen Fahrer schickte ich zurück ans Ufer, um eine Streife der Feldpolizei zu holen, damit die Angelegenheit hier überprüft werden konnte. Währenddessen war mein Gegenüber sich offenbar bewusst, dass er aufgeflogen war. Er zog eine prallgefüllte Geldbörse hervor, hielt sie mir hin und bettelte darum, gehen zu dürfen. Doch das machte die Sache kaum besser und war immer mehr ein Indiz dafür, dass man es hier mit einem Bandenmitglied zu tun hatte. Ein unschuldiger Zivilist hätte sich nicht so verhalten. Mit gezogener Pistole gab ich ihm zu verstehen, keinen Muxer zu machen und auf das Eintreffen der Feldgendarmerie zu warten. Diese lobte mein umsichtiges Verhalten und sackte dem Mann gleich ein und wie ich später erfahren hatte, war es wohl ein guter Fang, denn es war seine Aufgabe gewesen, die angelandeten Partisanen heranzuführen. Der Motor des Sturmgeschützes war zwischenzeitlich erfolgreich getauscht, doch kamen wir aus mir heute nicht mehr bekannten Gründen mit diesem Fahrzeug nicht mehr zum Einsatz. Ich kann mich noch erinnern, dass nach einigen Tagen eine Operation im Raum des etwa 15 Kilometer von Rimini entfernten Savinano gelaufen ist, welche sich abermals gegen eine Partisanenbande richtete. Aus dem Hinterhalt wurden wir mehrfach mit einem Maschinengewehr beschossen. Das Feuer war ungenau, stellte aber dennoch eine ständige Gefahr dar, die es zu beseitigen galt. Auch wenn Partisanen es nicht wagten, den Kampf mit gepanzerten Einheiten aufzunehmen, so wurden sie doch stellenweise von den Alliierten mit Panzerminen beliefert, was die Sache für uns sehr gefährlich machte. An uns wurden Maschinenpistolen ausgegeben und gemeinsam mit anderen Leuten vom Tross durchkämpften wir das Gebiet. Anfang Oktober wurden die bei uns noch verbliebenen Panzer IV an eine andere Abteilung abgegeben, damit die Panzerabteilung 190 ausschließlich mit Sturmgeschützen ausgerüstet blieb. Nur eine geringe Zahl der Sturmgeschütze standen unmittelbar an der Front im Einsatz, der Großteil stand als Reserve im rückwärtigen Bereitstellungsraum und wurde bei Bedarf angefordert. Panzerkommandant bei der Waffen-SS Im Zuge der Umgruppierung wurde ich Anfang Oktober gemeinsam mit einigen Kameraden an eine SS-Panzerdivision überstellt, welche dringend Panzermänner angefordert hatte. Dass wir eigentlich gar keine SS-Soldaten waren und einer ganz anderen Division angehörten, spielte an dieser Stelle keine Rolle. Wir hatten auf diese Entscheidung natürlich auch keinerlei Einfluss. Abgesehen von der wechselnden Zuständigkeit übergeordneter Stellen endete sich für uns zunächst wenig. Wir behielten unsere Uniformen und Ausrüstung. Sturmgeschütze wurden uns von der SS zugewiesen. Es waren Fahrzeuge, die wohl vorher irgendwo anders frei geworden waren. Von den Waffen-SS-Soldaten wurden wir sehr freundlich empfangen. Die meisten von ihnen waren noch sehr jung und unerfahren und sie schätzten es wohl sehr, erfahrene Panzerleute vom Heer in ihren Reihen zu wissen. Das Gros der SS-Division, es war die 16. mit der Bezeichnung Reichsführer SS, lag einige Kilometer westlich von uns. Sie hat uns vermutlich unter ihr Kommando stellen lassen, damit wir ihre rechte Flanke sicherten, welche durch die von Rimini aus nachstoßenden Alliierten bedroht war. Die Front erstreckte sich zu diesem Zeitpunkt von Savignano im Osten bis nach Vado, etwa 60 Kilometer westlich und verlief damit also ungefähr 20 Kilometer südlich von Bologna. Das Gelände war abschnittsweise von Bergketten und tief eingeschnittenen Tälern der Nordostflanke der Apenin durchzogen. Die Alliierten drängten mit der Masse an Truppen über die wenigen Hauptverkehrsstraßen vor, parallel spielten sich auf den Bergflanken aber auch heftige Kämpfe der Infanterie ab. Natürliche Barrieren auf ihrem Vormarsch nach Bologna waren die quer verlaufenden Flüsse, deren Übergänge vor dem Abzug durch unsere Truppen gesprengt wurden. Mühsam und nur sprunghaft gelang daher das Vorrücken, denn jedes Mal musste der Gegner am anderen Flussufer niedergekämpft und von den Pionieren eine entsprechende Übergangsmöglichkeit errichtet werden. Der Vormarsch konnte dadurch zwar stellenweise sehr verlangsamt, jedoch keinesfalls dauerhaft aufgehalten werden. Panzer konnten in dem teilweise sehr unwegsam Gelände nur entlang der Straßen operieren und wurden vor allem in lauer Vorstellung an strategisch wichtigen Sperren eingesetzt. Wie viele Panzer im Kampfraum südlich von Bologna im Einsatz waren, kann ich nicht sagen, aber wohl kaum eine Einheit verfügte über die erforderliche Sollstärke. Nach der Überstellung zur Waffen-SS vergingen für mich noch zwei Wochen, ehe ich zum Einsatz gekommen bin. Es mangelt an einem Kommandanten und so wurde von der vorgesetzten Stelle entschieden, dass ich als dienstältester Soldat mit der meisten Erfahrung als Kommandant eingesetzt werde. Das nötige Handwerkszeug dafür hatte ich, denn als Ladeschütze hatte ich meinem Kommandanten stets über die Schulter geschaut und wusste genau, welche Befehle in welcher Situation gegeben wurden. Regulär hätte ich wohl einen Kommandantenlehrgang besuchen müssen, was bei meiner feldmäßigen Beförderung jedoch entfiel. Problematisch war aber wohl der Umstand, dass ich immer noch im Dienstrang eines Obergefreiten stand, was für einen Panzerkommandanten unüblich war. Anknüpfend an den Unteroffizierlehrgang, den ich bereits bei Rom besucht hatte, wurde ich daher zum Unteroffizier befördert. Einhergehend mit der Beförderung erhielt ich auch das Eisene Kreuz 1. Klasse weniger für eine Einzeltat, sondern als Würdigung meines gesamten Einsatzes. Mit den neuen Schulterstücken und natürlich mächtig stolz, machte ich mich mit meiner neuen Aufgabe vertraut. Als Kommandant stand ich schräg versetzt hinter dem Richtschützen, welchen ich bei der Zielauffassung einwies. Die Geländebeobachtung war mir mittels eines Periskopes möglich. Ich verfügte also über eine eigene Optik und war nicht auf das Zielfernrohr des Richtschützen angewiesen. Die Optik war mit einem Absehen und einem Raster ausgestattet, welches es erleichterte, die Entfernung zu schätzen und Korrekturen an den Richtschützen zu übermitteln. Unser neues Einsatzgebiet war das von Saviano, wo wir bis zur Umgruppierung lagen, etwa 15 Kilometer entfernt von Shisena. Die Stadt selbst war geräumt worden und wir hatten uns hinter dem Fluss Savio zurückgezogen. Durch Shisena verlief die Hauptverkehrsstraße, die von der Adria-Küste in das etwa 80 Kilometer entfernte Bologna führte. Mehrere Brücken spannten sich im Ortskern über den Savio, darunter eine markante Steinbogenbrücke, welche teilweise gesprengt worden war. Keiner der beiden Mittelfeiler war eingestürzt und lediglich der Bogen dazwischen herausgebrochen, da wohl die Sprengladung für dieses historische Bauwerk nicht stark genug gewesen war. An dieser Stelle bestand besondere Gefahr, dass der Gegner einen Übergang errichten würde, indem er die vorhandenen Pfeiler für eine Behelfsbrücke nutzte. Für unseren Ausgangspunkt, einige hundert Meter vom Fluss entfernt, wurde im Fußmarsch eine geeignete Position für das Sturmgeschütz erkundet. Im Raum Shisena waren zahlreiche andere Einheiten im Einsatz, zumeist des Heeres. In unserem unmittelbaren Abschnitt waren wir jedoch das einzige gepanzerte Fahrzeug. Das nächste Sturmgeschütz stand erst einige hundert Meter weiter entfernt. Von der gesprengten Brücke aus, etwa 1200 Meter Strom abwärts, befand sich noch eine Eisenbahnbrücke, welche ebenfalls von einer Besatzung gesichert wurde. Wir gingen, in uns zugewiesenen Bereichen Stellung, sodass wir das andere Flussufer im Schussfeld hatten. Wie sich bald in Erfahrung bringen ließ, waren es neben den Kanadiern noch Einheiten der britischen 8. Armee, die in diesem Abschnitt den Durchbruch erzwingen wollten. Ich hatte also genau die Einheiten gegenüber, bei denen wir schon in Nordafrika im Kampf gestanden hatten. Bei der anderen Feldpostnummer waren gewiss auch einige Afrika-Veteranen dabei. Nachdem der Feind in das Stadtgebiet von Shisena vorgedrungen war, folgte den ersten Angriffsspitzen am Samstag, den 21. Oktober 1944, eine Pioniereinheit, welche wohl mit dem Bau einer Brücke beginnen sollte. Viele Möglichkeiten im Raum Shisena hatten sie nicht, denn die Ufer waren entweder steil und bewaldet oder weich und sumpfig. Die wenigen möglichen Bereiche wurden von unserer Seite her mit Granatwerferfeuer belegt, sobald ein Übertrittsversuch gewagt wurde. Zu allem Übel für die alliierten Pioniere erschwerten noch einsetzende Regengüsse die Arbeit. Nachdem wegen des ständigen Beschusses die Versuche der Pioniere gescheitert waren, sich die zerstörte Brücke mit den noch stehenden Mittelpfeilern zunutze zu machen, begannen sie einige hundert Meter weiter in unserem Abschnitt mit dem Bau einer Behelfsbrücke. Wie sich durch die Optik beobachten ließ, wurden dafür auf der anderen Flussseite Baumaterial und Pontonkörper herangekarrt. Tagsüber hat es noch keine unmittelbare Baumaßnahme im Flussbett gegeben, daher rechneten wir bei Einbruch der Dunkelheit mit zunehmender Feindtätigkeit. Meine Beobachtung ließ sich natürlich weiter melden und forderte Verstärkung an. Diese kam in Form von zwei eigenen Pioniermännern mit einem Sack Sprengladung. Damit sollte eine eventuelle neu errichtete Brücke gesprengt werden, hieß es. Ein Mensch hier aussichtslos unterfangen, sich hier als einzelnes Sturmgeschütz gegen die sich auf der anderen Flussseite zusammensammelnde Übermacht der britischen 8. Armee behaupten zu können. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020